Hey, ihr wisst, 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 Willkommen hier zurück zu Minecraft Revival mit dem Julian, Minecraft Your Mival, Ich bin immer noch hier gefangen, Julian ist inzwischen zurückgegangen, Ich bin zurückgegangen und hab hier ein bisschen Essen wieder gegönnt, Ich bin noch bei dem Ding, übrigens, ich konnte eure letzten Folge Likes und Kommentare noch nicht lesen und angucken, weil ich gerade die Folge dir das letzte aufnehme, Wie man auch im Chat hier sieht, bei mir zum Beispiel Hey Leute, wir haben jetzt einen riesigen Drachen, der untötbar ist anscheinend Ja, ich hab hier richtig, schau mal, dass du irgendwie jetzt nach Hause kommst Ja, das ist nicht so einfach, ich komm nicht mehr durch, dafür wach ich den Rückweg, Rückweg Oh mein Gott, ich bin gerade fast im Lagenweil Ich leg mal den ganzen Items, was ich hier kriege, Dragon Scale? Oh mein Gott, warte, Naga Fang, used to brew Potions Kein Spaß, warte, wir müssen... Okay, Julian, Plan für die Folge, okay? Oh mein Gott, Flo Ich hab was richtig geiles gekriegt Ich hab ein Potion gekriegt, wenn man das benutzt, dann kann man fliegen, wie G-Mode, glaub ich Wirklich? Ich glaub schon Ey, warte, zeig mal her, ich will mal sehen, was du beim Loot bekommen hast Ja, ich bin, ich hab nichts sowas gekriegt, denk ich Ja, warte, warte, ich warte schon, ob ich irgendwie heimkomme Weil mein Hauptweg ist versperrt Ähm, okay, aber, äh, okay, Plan ist, wir gehen zurück, craften uns richtig geilen Stuff mit dem, was wir gefunden haben Und? Dann gehen wir zurück, killen den Drachen Ich glaub, wir brauchen nämlich diese Drachentools oder irgend sowas Ich weiß nicht Ich nehm mal richtig einen Balleditment Nein, hast du doch ein Ethereum-Dings-Kristall? Äh, was ist, ich hab nicht, ich hab in meinem Leben noch nie Ethereum gespürzt Orangener, Orangener, eh, smart Ist Ethereum nicht von so Technik-Modpacks? Ich weiß es nicht Haben wir Technik-Modpacks? Ähm, ich weiß es nicht Ähm, ich hab ne Schlucht gefunden Oh mein Gott Wo bist du denn? Irgendwas hat mich grad hochgeworfen, warte Ich glaub, wir sind alle Ich lauf ungefähr in die Richtung, wo ich glaub, wo unser Dings waren Ich glaub, ich sollte irgendwo rauskommen, warte Ey, wo bin ich? War ich hier schon? Ich hab keine Ahnung, hier ist übelst wie eine geile Erze Ey, die Minen, ich hab noch nie einen Modpack gespielt Was so geiles, so geiles Höhlen-Minen-System hat Okay, halt ein Validit-Jazzblade ist besser als mein Saftig-T-Shirt Okay Nein, wirklich okay Ihr könnt ja bei, äh, also natürlich nur von deinen Rüstungsbalken, also vom Außen natürlich nicht Spasselt, ja Wenn ihr saftig werden wollt, shop.kaffeetisch.com holt euch ein saftiges Shirt hier Irgendwas, Leute, ähm, ich wollte es nochmal anmerken Ich bin jetzt nämlich auf Tour am 14. September in, äh, Linz Da könnt ihr euch auf bit.do slash flow Linz Tickets holen Am 21. September in St. Pöten bit.do slash flow SP Unbedingt euch Tickets sichern Und am 28. September in Innsbruck auf bit.do slash flow Innsbruck Holt euch Tickets, weil das wird ein richtig geiles Programm werden in Österreich vor allem St. Pöten Äh, okay, also ich hab jetzt folgende neue Sachen Ich hab, äh, 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 ist alles geschmolzen hier grad Ich hab Diamonds gefunden, merk ich grad Diamonds? Äh, ja Lol, Zirid ist richtig gut, lol Ja, ich hab Diamonds Ich dachte, ich für ne kurze Zeit, du stirbst Drei Stück Was ist, oh, warte mal Ich glaub, es gibt zwei Arten von Amethyst, kann das sein? Ah, nein, das ist Opal Aber Opal war gut Ähm, okay Ja, Part 2 von Floh sucht nach Hause Aber findet sie leider nicht mehr Mit der Mine Okay Aber warte mal, die Minen sind So viele gute Ernste Julian, ich kann nicht zurückkommen, ich brauch die Warte Ich hab hier schon acht Rubys Ja, äh, ja, ich bin zu Hause Weil das dumm ist, diese So, warte kurz Ich hab die falsche Spitzhack in die Baul Oh, sag, bloß warte Hast du nicht Okay, das hab ich bekommen Ich glaub, ich hab grad alles mit der falschen Spitzhack abbaut Und zumindest Warte mal Oh, mein Gott Ich glaub, nur Ruby Nur Ruby Nee, es hat, nee Nur Ruby, alles andere hab ich Oh, mein Gott, es hat so viele Mons Okay, ich bin so dead Ruby haben wir genug Wir haben sieben Rubys Wirklich, ich hab acht Rubys hier Es kann sein Es kam mir grad vor, als ob ich das Als ob es grad nicht gejobbt hat Du kannst da ein Multitool machen Mit dem kannst du schlagen Also ein Schwert Das hat alles gemeinsam Wo bin ich? Wo bist du? Okay, Juni, warte Äh, äh Warte, warte, ich schalte grad Healing Leggings Sieben Was ist das? Sieben, sieben, sieben Okay, das ist genau gleich Äh, was ist das für ein Ohr? Okay, ich komm Tanzen ist unnötig, gell? Tanzen ist unnötig Ja, ich hab's Ich seh fucken Ich seh fucken Ich seh fucken Siehst du fucken? Ich seh auch fucken Aber ich weiß nicht, wo das ist Hier sind tausend Zombies Oh, nein, da kann ich nicht lang Oh, ne Spinne Sie fahren können spinnen Kopfhubs platzieren Okay Oh, lol Warst du das? Hier ist ne Melone gewachsen Ich weiß, wo ich bin Juni, weißt du? Dort, wo du das allererstes Mal Rubies gefunden hast Dort unten bin ich Juni, ich brauch deine Hilfe Warte, Babyzombie Ich bin dort, wo du runtergegangen bist Wo du das allererstes Mal Äh, Rubies gefunden Das weißt du noch? Ah, das weiß ich schon Da ist ne Melone Wo der Melon gewachsen An, as, as, asok Bei mir ist nicht so ein komischer Zombie Ein Babyzombie Bei mir ist nicht so ein Zombie im Schwert Bei mir ist ein Superzombie Ey, ich bin, okay, ich, okay Ey, ey, es wird kritisch Ist ne Melone, oh mein Gott Bist du, das ist explodieren die ganze Zeit? Ja, ja, ja Okay, ich weiß, ich weiß, wie es zurückgeht Oh, okay, ich bin low Ich bin okay, okay Alles gut, alles gut Ich seh dich Wo bist du? Wo, wo, wo? Da? Ey, lauf Ab mit Spinning, ich hab low Du ist richtig geile Rüstung Ich weiß, ich hab mal Rüstung kraften Okay, 5, 14 Okay Hast du irgendwas zu essen? Ich hab nix mehr Das Dings macht ja gar kein Damage, das Skelett Ich hab richtig coole Rüstung krafted Okay, ähm Ich hab zerät Ich hab richtig viel Ohren Davon ist ne Melone Oh mein Gott Ja, geh zurück Geh nicht dahin, das sind tausend Monster Ich hab coole Rüstung Wie viele Rüstungsbalken hast du jetzt? Oh mein Gott Ähm Ich hab voll Eisen Rüstungsbalken Und Diamant Rüstungsbalken hab ich 5,5 Und 3 Gold Also die Ich weiß, was das bringt Ich hab Diamant hab ich 4,5 Und Gold hab ich 3,5 Ähm Du meinst du diese umrande Diese Blan Ja, die hab ich 4,5 Okay Oh mein Gott Und die anderen 3,5 Oh mein Gott Ich brauch unbedingt was zu essen Schau, was ich gekriegt hab Schau, was ich gekriegt hab Das kann man gar nicht essen Was? Leut Ach das war der Kiste drin? Ja Ich kann irgendwo aufbauen Oh mein Gott Warte, okay Ich geh jetzt kurz in die Oberfläche Und hol mir ein bisschen was zu essen Weil ich glaub Ehrlich, ich hab hier alles perfekt eingelagert Wir haben hier auch Weil ich mach ein bisschen Hitze Obwohl Ich hab eigentlich Was? Ich hab ein Moskito Ey, komm mal zurück Das ist so nervig überall Äh Jedenfalls Ich craft jetzt neue Sachen Okay Wir haben jetzt hier Ich glaub ich schon fast Es ist fertig Mit Schmelzen und alles Warte Mein Chaos Fluid Bucket Brauch ich eigentlich schon Meine Hitze Risse Dinger Kann ich reinpacken da Julian, du musst es sortieren Nach wie gut das ist Und nicht einfach irgendwie reinmachen Warte Soll ich lagern Ein paar Koblenz Ich hab keine Sticks mehr Ich brauch Backeln Was, was, was Meine Bienendings Brauch ich auch eigentlich nicht Ey, wir müssen eigentlich Eine zweite Kiste machen Hier ist nur für so Random Zeug Warte Vielleicht da oben drüber Hast du Holz für eine Kiste mit? Nein, oder? Ne, warte Da vorne Wo du fast gestorben bist Da war Holz Äh Ja, ohne Wir bauen einfach die Kiste Von dem Drachen ab Aber Ne, ne, ne Da vorne war Holz einfach Alles klar Julian, schau mal ab Wir haben jetzt Sachen Ich nehm jetzt mal hier alles Und schau mal Was gut ist von dem Ganzen Äh Ich glaub wir können safe Ein paar geile Sachen machen Ein paar haben gesagt Wir können uns einen Äh, Biomfinder machen Aus Endermethisten Genau, schau mal Warte mal Oh, ich seh gar gar nichts Ey, komm mal zu mir Wir craften uns Sachen Ich hab Biomfinder Ich muss Holz Äh, wo hinten Und Holz Aber der macht nix Keine Ahnung Ähm Okay Wär ich da nichts Okay Ah, da hab ich viel Zeug Äh, warte So, zack, zack, zack Finderium, Chunk Was kann ich alles machen Ähm Erstens Warte, Gold bräuch ich jetzt nicht unbedingt Wir können uns Gold Theoretisch übrigens craften Ich hab richtig viel Äh, Essen jetzt hier Eingelagert Kann man sich wirklich Keine Sticks craften Oder wie? Äh, ich weiß Ich glaub Sticks musst du finden Irgendwie so Ich hab Zirid Äh, was ist das für Rüstung? Brauchst du Rüstung Upgrade? Äh, jein Warte, ich komm mal wieder zurück Ich komm mal wieder zurück Zirid ist nicht unbedingt stärker Wie stark ist Topaz? Ich hab Topaz Ich hab Wal-Di Chestplates und Dings Äh, Amethyst Gibt's, gibt's Gibt's, gibt's Gibt's aber keine Zirid ist richtig gut Peppermint Block Oh, ich glaub ich hab mich verlaufen Du kannst dir ein Portal craften aus dem Ey, das sind Fische Bei mir Aber da brauchst du mehr Äh, ey, bleib mal bei mir Lass mal zusammen ein Blatt Ich weiß, ich weiß, wo ich bin Ich hab Vendérium Block of Vendérium Und du kannst dir V-Bucks craften mit dem Mod Was? Worktable V-Bucks Ich glaub, da heißt V-Bucks Mod Warte, Vendérium Keine Robux Wo kannst du Stone craften? Das ist eigentlich hart unnütig Ich hab keinem, was das bringt Äh, vielleicht schmelzen Ne Also der, das bringt schon mal auch gar nix Wo V-Bucks? Äh, Saphir Muss mir einen neuen Fortnite-Skin kaufen Warte, auf Vendérium Chunk Da steht V-Bucks Mod Warte, es gibt wirklich V-Bucks Warte, V-V-Bucks Äh, Bucks Es gibt V-Bucks die Mod Hey, bei mir nicht Da brauchst du mal V-Bucks Core Und V-Bucks Radiant Ja, wir gehen das V-Bucks Ja, das ist richtig kompliziert V-Bucks zu machen Wie schreib man das? Ey, Leute, Creator Code K1040 Und Creator Code Juliard 13 Juliard 13 Jum, ey Ey, ich kann mir nur einen eintragen Aber ist egal Was ist Winter Mint Chard? Wind? Das ist geil für Äh, Spitzag LOL Du kannst in der Battle-Axis 16 Damage machen Aber da brauchst du drei mehr von dem Aber du musst das Ding wieder abdrehen Das Das, äh Heizdings Ja, 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 ja Das drehst du immer ab Aber wir brauchen es auch teilweise Also das ist super gut Äh, Winter Mint Chard Ich sag dir, wenn wir es finden Tor Parts Ähm Ist jetzt eigentlich so stark Also wir brauchen nicht unbedingt Okay, ja Und Multi-Tool ist aber geil Warte mal Wollen wir uns das machen? Fire Leggings Ich glaub, das können wir uns machen Ne, die Fackel brauch ich's Aha Hörst noch Holz Äh, glaubst du es bringt Fire Leggings was? Äh, Fire Leggings? Weiß ich schon nicht Oder Fire Jet Spray macht acht Äh, aber das ist auch Dings Ich weiß es ehrlich gesagt Pfefferminz Gibt es ein stärkeres Tor Parts Schwert vielleicht? Ich hab Parts Ich hab alles hier Ich hab alles hier Sieben Damage Ein Feuerschwert Ich hab schon upgrade Wenn du's machen willst Äh, ich schau mal raus Gibt's noch so Äh, Ruby Kann man aber verstärken Ruby Rüstung Healing Healing Rüstung Aber es macht nicht mal Healing Ich glaub, wenn du ein volles Set hast Bringt sie jetzt nur was Okay, das ist die ganzen, ähm Oh Leute, wir sind viele Mops Ich bringe nix Dezium Oh, Dezium stark Hast du Stick? Stick? Ich weiß es nicht Ne, hab ich gar nicht Leute, ist das hier viel Ich brauch unbedingt ein Stick Komm her, komm her Ich brauch einen Stick Ich hab Paparo Papopobohren Oh, äh, Erd gefunden Valium ist auch nicht so Ne, das ist ein Chem Soll ich mir Ciri Drüstung machen, oder? Okay, das ist gut Oh, ist richtig gut Ich hab, soll ich mir ein Acht Damage Schwert Äh, nee, warte mal Das Ding ist schwer Äh, ist besser Äh, ich glaub, ich craft mir Eine Ciri Drüstung Bin mir nicht ganz sicher Ich glaub, das ist stärker Als mein Saftig Shirt Ich glaub, das kann ich jetzt Mal rauspacken Oh, ei, Saftig schön Oh mein Gott Alex, ich brauch noch Boots, geile Also wenn du irgendwas weißt Was gut ist für Boots Ciri Drüstung ist actually gut Vier und drei Sag mal Amethyst Amethyst ist nicht so stark Oder, warte, was ist das? Ein, äh, also ein Amethyst Block Okay, also die ganz geile Sachen Sind alle oben Die ganz wichtigen, okay Ähm Alles anderes weiter unten Was so mittelwichtig ist Oh, Pardig Was ist Crymite Das ist richtig gut 11 Damage wert Ich hab Marble gefunden Irgendwie komisch Aber da brauchst du einen Dezium Stick Grützern Ist Grützern gut? Oder wie viel macht das 10? Wir können uns Oh mein Gott, bei mir ist schon wieder Eine Spinne Wirklich? Ja Ist rein Okay, warte ganz kurz Ich habe ein Nether Ruby Block Nether Ruby kannst du nicht craften Das ist hart hart Und nötig schon wieder Ähm Faraborn Gem Ah, Nether Ruby Bringt eigentlich auch nicht so viel Also pack ich mal dein Äh, Mythril Ne, Mythril ist wack Ansonsten glaube ich Der Rest Okay, den Rest können wir auch hier in die Dings packen Wollen wir nochmal rüberschauen Ob noch mehr ist mit diesem Drachen Oder wie die wirklich killen können Oder warte mal Wo bin ich jetzt eigentlich? Äh, warte, warte Ich komm zu dir Ich hab noch einen Emerald Block So Leute Wir rollen jetzt, okay So, zack Wir haben schon eine richtig geile Sache eigentlich gefunden Warte mal Äh, ich hab jetzt hier meine Potatoes Äh, meine Potatoes Äh, wo bist du? Ah, okay Wollen wir weiter schauen hier? Ja, können wir Wo war das jetzt? Ey, wir müssen dort hinten Äh, weil ich glaube Oh, in der Nähe von dem Drachen Äh, nee Wenn du rechts runter gehst Kommst du dort, wo ich mich verlaufen hab Äh, warte Hier ist ein Topaz Okay, Topaz brauchen wir nicht Ich sag dir genau, welche Erze wir brauchen Wir brauchen Dezium Wir brauchen Windpepper Shard Und wir brauchen, ähm Irgendwas anderes noch Noch einer? Ich sag dir was Was nötig ist und was unnötig ist Was nötig ist, gell Äh Oh mein Gott Da hab ich ein bisschen Holz gekriegt da Oh mein Gott Ja, wirklich stimmt Wir können einfach hier Holz abbauen Okay, Rumi Warum nicht? Mach's auf da Schau mal bei der Lava Oh oh Ob du irgendwo Ärzte findest Wie wir noch im normalen nicht gesehen haben Ich würde erstmal hier Die ganzen Mops killen Ich hab hier bei der Lava gesehen Warte Diese Dieses Peppermint Warte Schaff ich den Sprung? Oh mein Gott Okay, ja Ich hab hier ein neues Ärzte gefunden Ich hab hier ein neues Ärzte gefunden Wirklich? Was ist das? Ich kann Topaz bauen, warte Welche Farbe hat das? Ich weiß nicht 1000 Zombies Hilfe Ich weiß Ich bin ja auch irgendwo Wo Monsters sind Ähm Die ist mehr V-Bug-Ohr V-Bugs? Ich sieh vielleicht irgendwas Ne Okay, warte Ich komm mal zu dir Oh mein Gott Oh mein Gott Creeper werden ja unsichtbar Ja, ich weiß Das sind die Super-Creeper Oh mein Gott Ja, Alter Das könnt grad Ein bisschen kredieren Ich bin mit der Hexe Okay, ich komm zu dir Es sind so viele Zombies Bei mir überall Wir müssen halt überall mal ausleuchten Aber du Mit den Nightwischen Leicht das nichts aus Hm Was soll ich jetzt machen Ich hab noch Essen ein bisschen Zum Glück Ey, ich such grad, wo du bist Oh, ich hab 300 Q-Idee Oh, Baby Zombie Okay, in einem Moment 300 Q-Idee ist fehlgeschlagen Wo bist du? Beim Drachen Äh, der Drache ist glaub ich weg Ist er despawn? Ist er despawn? Ich weiß nicht Ey, warte Komm mal zurück Komm zurück Ich komm gleich zu dir Ich glaub, du hätt mich da hinten können Hä? Wow, okay Ich bin mit dem Drachen Wo bist denn du? Ist er weg? Ich bin hinten Geh dort runter Dort, wo die Dings sind Wie heißt denn die Du weißt schon Wo es runter geht Ja, da wo es runter geht Ja, ich komm schon Ich weiß was Ja, ich weiß wo du Langgelaufen bist Ich bin glaub Beim Dings Beim Drachen Ja, schauen wir Ob das alles safe ist Ja, da ist gar nichts mehr Wirklich? Da ist gar keiner mehr Da ist gar kein Drachen mehr Okay, stell mal safe Schau mal Ob irgendwo die Ärzte In der Nähe von dem sind Weiß nicht Hier sind noch Dings Ich hab noch das Barfaboro Oh Creeper Unsichtbar Was ist Baraboro T-Shirt Bobo Ich weiß Was du meinst Ja, du Farabombborn Dragonborn 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 Ich hab ein neues Herz Ich kann das gar nicht Hacken Wo bist du? Warte, warte Warte Was ist das hier Bei mir? Was? Wir sind zum Rätsel Ey, komm, warte Bleib kurz stehen Warte, warte Ich bin gerade hier Am Rückweg Nein, 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 nein Grable Geh mal zum Traum Grable, Grable, Grable Grable Hier, hier, hier Grable Da bist du Hä, wo bist du? Da ist das komische Ärzte Da ist irgend so ein Dritter drin Da hab ich Angst Warte Oh mein Gott Ja, der ist richtig stark Aber das ist nur ein weißer Es gibt noch einen schwarzen Ritter von dem Der ist schwarz Ist noch stärker Da hängt es ein komisches Ärzte Das ist theoretisch Okay, das ist eins von der Ärzte Die wir mitnehmen müssen Kein Ärzte Kein Ärzte Oh oh, nö Ich kann es nicht Ich auch nicht Da waren drei eigentlich Warum bist du hier mal Grable Ja, da hab ich gerade hinplatziert Weil ich das nicht brauch Hä, ich brauch es auch nicht Warte Ich hab Spider Egg Right thick on infested leaves To spawn a sick spider Leute, ich hab ein spinnener Und wo ist der Drache Ist der jetzt despawned Oder was ist passiert Ja, der ist despawned Komm wieder hoch Lass den Dings fighten, oder Okay, ja warte kurz Ich schau mich dumm Weil da waren die ganzen Geilen Erze eigentlich Es kann sich nur in der Nähe Von dem Drachen Um offen Ich geh rein Fool ihn Warte, warte, warte Sehr böse Nichts, der dich killt Okay, warte, ich trinke Oh, ich hab nichts zu trinken Hast du Wasser? Hast du Wasser mit? Äh, äh Ja, warte, ich hab Waterpack Kann ich mit dem Kann ich von dem auch auffüllen? Nein Äh, platzier mal Äh, äh, ich brauch trinken Okay, warte, geht das? Ja, es geht Und dann crafte ich das mit dem Und dann hab ich's sauber Okay Äh, warte Ich mach schon ein Loch Für den ganzen unnötigen Stuff Den du mir grad gegeben hast Warte So, zack Und Nein Hör auf, warte So Zack, zack, zack Ich brauch das Ganze nicht So, und zu Aber was ist das für ein Erz? Ich weiß nicht Ich glaub, das ist Nicht abbauen Ich weiß es nicht Ich baue es nicht ab Okay, und wir reingehen Da drin ist das geile Siehst du das Bläujats? Das ist richtig gut Nein, nein, das ist stärker Das ist das Bolin Oh mein Gott Ich hab diesen Schwert Wow Er macht kein Damage irgendwie Wow, pass auf Ich bin komplett load spiel Pass auf, wenn er den Warte, warte, warte Wenn er den Ulti macht Macht er fast einen One-Hit Ich hab drei Heißen gehabt Muss um die Ulti? Leute, das ist rein hart Das Boss, gell? Pass auf, nicht vorne stehen Pass auf, wenn er den Ulti macht Rennen weg Ey, es ist wirklich rein hart Rein hart, Sommerwatch Warte, warte Ich glaub, der macht Der macht Earth Shatter Der nimmt kein Damage Ich brauche die Erze ab Nein, nicht die Erze Wie killt man den? Ich weiß nicht mehr Ich hab den schon mal bekämpft Aber ich weiß nicht Oh, wir brauchen TNC Warte Das sind noch mehr Erze Unterm Boden Erstmal ist er auf mich Oder auf dich? Okay, das ist auf mich Definitiv Definitiv für mich Der blockt den Weg Der kriegt seine Axt nicht mehr am Boden Über ihm ist Wasser Leute, er geht in die Oberfläche Wow Ulti Oh, ich hab ihn Wenn er die Ulti aktiviert hat Wenn er die Ulti aktiviert hat Musst du hinten Ja, wenn er es ein Ultimate macht Ja, genau Wenn er ein bisschen Auf den Boden schlägt Musst du ihn hinten hinten Ich glaub, dann ist er erstarrt Wow Okay Mach, mach, mach Wow, jetzt Nice Okay Mach nochmal Ich steh ja vor ihm Okay, warte Entschuldigung, ich laufe ein bisschen weiter vor Oh Oh mein Gott, der hat gerade Oh mein Gott, der hat gerade Ich wiederbelebt dich Geht das? Pass auf Der hat mich gerade durch den kompletten Ja, ich hab drei Herzen Drei Herzen Pass auf, pass auf, pass auf Ja, tschüss Hast du reißen? Oh mein Gott Der macht Der hat sich so gedreht Okay, warte kurz Ich halbe mich gerade Halbes Herz, halbes Herz Immer noch halbes Herz Halbes Herz Immer noch halbes Herz Der steht direkt vor der Tür Oh mein Gott, der hat sich gebordet Oh mein Gott, ich gebordet Ich gebordet die Herzen ab Und dann flüchte ich, okay? Ja Lenk ihn ab, lenk ihn ab Alter, der ist richtig stark Pass auf, wenn der es in den Dreher macht Musst du laufen Ja, nice Nein Du musst mich Dein Dings macht keinen Damage Nicht? Lass mich den Hit machen Der nimmt nur genau einen Hit Auf seinen Rücken Wenn er das macht Ich hab ein halbes Herz Ich hab Angst, dass hinten das kommt Ja, genau Wenn er das macht Diesen Dreher Ja, ja Ich weiß Das ist super OP, der Dreher Warte, gleich macht er, glaub ich, seinen Hammer Oh mein Gott, ja, ja, ja Pass auf, pass auf, pass auf Oh mein Gott Ja, ja Also, auskommen, ich hab gute Rüstung Ich hab gute Rüstung Oh ja Okay, ich hab ihn Nice Was jetzt? Er sollte mich viel OP haben, glaub ich Jetzt ist er wieder ruhig Ich bau jetzt das ab Ja, ich will das haben Du kriegst drei pro Ohr Okay, ich geh drauf Und drauf Nein Nein Du musst mich hinten lassen Dein Dings macht wenig Damage Alter, okay Mein Schwert Macht neun Damage Meinst du auch? Aber man Ja gut, warte Ja, lass du Ja, aber du musst mit dem Der Stab macht, glaub ich, wenig Oh mein Gott Ich brauch Dings Alter Okay, pass auf Aber ich bin noch cool Ich hab gute Rüstung Ich hab Warte Und Drauf Nice 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 Okay Ich weiß, wie viel OP der hat Oder wie es mit dem steht Aber Wie es dem geht Muss ich mal fragen Wie es dem geht Aber so weit Bist du eigentlich am meisten gestorben, oder? Oh mein Gott Ich hab dir noch eine Kiste gelegt Ja, was für Kiste Ja, ich hab's Schaffst du dich Okay, warte Ich glaub, der ist richtig low schon Ich, dass du wieder zu wirst Warte Oh mein Gott Ich hab's nicht zu, weil ich zuwarte Ich, ich soll's nicht aushalten Außer wenn Andrea macht Okay, komm ich auch wieder an Andrea macht 5 oder 6 Herzen Damage Was? Warte Kann ich dich schielen? Kannst du mich reißen? Oh mein Gott Hab ich gerade einen Schock bekommen Nein, 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 nein Warte Lauf weg Lauf weg Oh mein Gott Ich lauf, ich lauf Ich bin voll, ich bin voll Du weißt, warum ich gerade einen harten Schock bekommen hab Was denn? Komm, komm raus Ich baue dich an Weil du gerade Ich dachte, der hat dich auch gekillt mit dem Hit Ich dachte, wir sind beide tot gerade für den Moment Oh nee, ich so nicht Guck mal Oh, voll der Noob Baut dich an Ja, der macht keinen Damage Oh mein Gott Hab ich keinen Schock bekommen Der macht keinen Damage Schau, schau, schau Ich hab keine andere Q-Taktik Aber ich bin auch wie ein absoluter Düssel Mit drei Herzen auf die Luft gegangen Das ist meine Festung Okay, ich bin jetzt fast wieder voll Aber der hat einen Combo gemacht Normal Sein Slicer Also sein Dreher Macht sechs Herzen Oder fünf Herzen Damage Hä, schlag das auch mal Oder eher weniger Sein normaler Schlag macht wenig Der Explosion macht glaube ich Vier Herzen Ich weiß doch, warum ich gestorben bin Wow, okay Oh mein Gott Das macht wenig Das macht keinen Damage Du musst nur auf seinen Dreher aufpassen Und wenn er den Hammer Wenn er sein Explosionen Dings direkt Auf sich drauf macht Schau, hast du da vorne Stehst du da irgendwo Da Alter Wenn's der Alter, wenn dem Wenn dem's der Loot nicht worth ist Warte Aber alter Der ist richtig stark Der Bosskampf, oder Ich geh mal drauf Ist doch wieder in der XXL-Folge Ey, ich glaub Der ist verwirrt Ich glaub, du musst dein Dings wegbauen Ne, der Dann sterb ich Ja, aber der Check Der greift nicht mehr Doch Schau Nein Ja, aber der läuft Läuft ihm Okay, Nevermind 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Nevermind Du musst eine Burger abbauen Echt guter Typ Wollte nur noch angemerkt haben Ja, aber er war probiert Für den Moment Das nicht gesehen Nein, er ist nicht probiert Wir sollten weniger Risky spielen Was wäre Risky Du sagst abbauen Das ist Vergessen die ganze Zeit Dass wir Hardcore spielen Ja, das ist böse Aber Wir können die nicht damagen Wenn der mit seiner Axt nicht schlägt Ey, Leute Guck mal rein Hardoverwatch Der ist genau Dieser Boss Der sieht genauso aus Mit dem Ich glaub, er nicht so stehe vielleicht Blathartgen, glaub ich Hat er auch eine Axt Pass auf Okay, und jetzt drauf Du hast richtig geschlagen Okay, jetzt geht's Hier geht's Wann hier steht Hast du Wasser? Hast du Wasser? Komm her Warte, warte Ich mach deine Ulti Warte, Julian Ich mach keine Taktik Jetzt ist er maximal Von mir jetzt Ja, ja, ja Er sieht uns nicht mehr Ja Leute, mach kein Damage mehr Er ist tot, er ist tot Gib dem Wasser Chaos Wasser Es ist mein Lot Mein Lot Ey, das ist Chaos Wasser hat's gemacht Wasser Oh mein Gott Gib mir die Axt Warte, geht das? Wow Sorry, sorry Oh mir, es geht noch Gib mir die Axt Gib mir die Axt Gib mir die Axt Ich kann machen Äh Shut her down Ah Das macht gar nicht Das macht gar nicht so viel Warte mal, ganz ruhig Äh, wie viel Wie viel Schutz macht dein Helm? Weiß ich nicht, äh, 6 Ne, ne, zeig mal Wie viel macht deiner? 6 und 1 Quad 7,5 steht dabei Äh, okay, du kriegst den Dann krieg ich die Axt Ey, never Da steht ja gar nichts dabei Ja, aber das ist Ich weiß nicht, wie stark der ist Zieh mal alle, woraus du Maus Er ist Schwächer, äh Ich muss die Axt haben Ey, komm schon Also, never breaks Ich mein Das macht 9 Damage Das ist gleich stark eigentlich, okay? Nur meiner kann Ich hab Flo, ich hab ein Sirid-Schwert, gell? Was? Ich hab ein Sirid-Schwert Schon lange Oh mein Gott Ja, dann kombiniert die Woche Genau Ja, aber meins macht 0,9 Attack Speed Ich glaub, das ist ein Spass Ihr müsst mal irgendwie so ein Fanart machen Julian, bau die Brue Ja, bitte, mach mal Feinarts Ich füge in die nächste Folge mal alle eure Feinarts ein Macht mal richtig viele Revival-Feinarts Ich Oh mein Gott, aber kein Spaß Ich hab grad Mein Herz ist still geblieben Was ist, warum Julian? Vor allem Weil Ich dachte, du bist gleich Bei mir gestorben Ich hab gestern, dass du vorhin gestorben bist Ja, das hab ich auch kurz gedacht Ich dachte grad für den Moment Das ist aus Allerdings Ihr könnt irgendwie so ein Fanart zu den Zitaten machen Ja, bau die Brue Gab Da sterb ich einfach immer nicht Ja, aber Leute Ihr habt doch gesehen Der war verwirrt Ich war angegriffen Oh mein Ja, Leute Ich würde schnell einfach mal sagen Lasst am Nachhinein Für den Minecraft Revival Oh mein Macht euch ein Feinartier Abonniert uns beide Für mehr Haut rein Und tschau Tschau Leute Bis zum nächsten Mal